Das ist Paul. Paul ist Lizenzmanager. Jedes Jahr klopft die SAP an seine Tür. Zeit für die Lizenzvermessung und die Abgabe des LAW-Berichts. Das bereitet Paul ziemliches Kopfzerbrechen. Wo soll er nur anfangen? Am besten mit einer gründlichen Recherche. Und tatsächlich, es gibt mehr SAP-User als angenommen. Lizenzen wurden falsch zugeordnet und SAP-Daten werden auch über Drittanwendungen genutzt. Und das an Standorten weltweit. Und nun? Zum Glück erinnert sich Paul an SAMQ. SAMQ ist innerhalb von wenigen Stunden eingerichtet. Das Tool wird auf einem zentralen SAP-System installiert, das über RFC-Verbindung mit den anderen Systemen verknüpft ist. So stellen wir sicher, dass SAMQ wirklich jeden SAP-User findet und genau unter die Lupe nimmt. Welche Systeme und Funktionen nutzt er und wie häufig? SAMQ vergleicht diese Informationen damit der Fokus Transaktionsdatenbank. Diese Datenbank enthält über 30.000 Aktionen in SAP. Jede Transaktion ist mit einem Lizenztyp bewertet. So weiß SAMQ, welchen Lizenztyp der SAP-Nutzer benötigt und ordnet diesen automatisch zu. Außerdem erkennt SAMQ inaktive User und löscht diese. Doppelte Benutzeraccounts werden von SAMQ erkannt und zusammengelegt. Und das macht er so lange, bis der Lizenzbestand perfekt optimiert ist. Und jeder SAP-Benutzer genau über die Lizenz verfügt, die er benötigt. Dieser Prozess erfolgt automatisch und spart unserem Lizenzmanager Zeit, Nerven und bares Geld. Und er muss nicht bis zur jährlichen Lizenzvermessung warten. Er kann den Optimierungsprozess jederzeit neu starten. Ganz einfach, auf Knopfdruck. Paul kann jetzt wieder lachen. Und den nächsten Lizenzbericht schickt er mit nur einem Klick direkt zu SAP.